Leute Doppelpiece, das soll ein ganz kurzes Video werden und zwar, ich habe eine Steam-Gruppe auf logischerweise Steam, wo ich wieder will, dass ein bisschen Aktivität reinkommt. Deswegen werde ich euch unten in die Beschreibung den Link zu der Steam-Gruppe reinpacken und würde euch bitten, wenn ihr der Gruppe beitreten könnt, weil das letzte Mal habe ich ein Video dazu gemacht bei 30.000 oder 40.000 Abonnenten. Ich rede gerade so schnell, weil meine durchschnittliche Zuschauerzeit irgendwie bei 40 Sekunden oder sowas liegt, also relativ gering. Und wenn ich jetzt über die Zeit komme, dann interessiert das schon keinen mehr. Tut mir leid, wenn das so leicht unfreundlich wirkt, aber ich will meine Eier im Internet beweisen. Deswegen tritt der Gruppe bei, denn umso größer die Zahl, umso größer sind meine Eier im Internet. Umso mehr sehen dann die ganzen anderen Leute, boah, ey, der ist groß, der hat viele Leute hinter sich. Ja, sowas in der Art muss es sein, glaube ich. Keine Ahnung. Es wäre nett, wenn ihr der Gruppe beitreten würdet. Ihr könnt auch, über die Gruppe seht ihr denn, wer der Administrator ist, das bin ich. Ihr könnt dann auch da rauf gehen und wenn ihr ein Sign oder sowas haben wollt, also wenn ihr wollt, dass ich euer Profil signiere, dann schreibt das bitte unter mein Profil. Das mache ich nämlich sehr gerne, weil das irgendwie auch voll die Eigenwerbung ist und nach einer Zeit, aber ja. Jedenfalls mache ich das, aber das ist begrenzt, das muss ich leider dazu sagen. Irgendwie kann ich dann so 20 Leute signieren und dann steht da wegen Spam-Schutz, dass ich es nicht weiter machen kann. Ich bin Steam-Level 111, ganz ehrlich. Für 111, wie viel gibt man da aus? 300-400 Euro und trotzdem habe ich noch so einen Spam-Schutz drin. Was soll denn der Scheiß? Als ob ich mir 300-400 Euro ausgebe, um Profile voll zu spammen. Naja, egal. Es wäre richtig nett von euch, wenn ihr der Steam-Gruppe beitreten würdet. Ihr könnt einen Kommentar unter meinem Profil da lassen, denn werde ich gucken, was ich machen kann. Wie gesagt, sind ein paar mehr Leute, die da rauf geil sind und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Also, let's go. Gruppe beitreten. Wuhu!